Katastrophe Ähm Oder mal anders formuliert Wenn wir hier das mit der Lava machen Haben wir eine Ecke, wo wir überhaupt einen großen Lavasee haben? Ja, unten sind doch mehrere Ja gut, also Keinen einzelnen größeren Die verbinden uns nicht, ist gut Ja okay, dann mach ich das mal schnell Ups Ich hab gerade vom Weg ein bisschen was weggegraben So ein Mist Machen wir gerade mal gucken, dass ich hier mal Mir so ein bisschen Grenzen setze Also was es hier unten gibt ist Hier unten kommt quasi so ein kleiner Raum hin Wo wir quasi die Stromkabel zusammenführen Ich mach das gerne, indem ich runter und wieder hoch transformiere Um einfach die Berechnung von Industrial Craft Ein bisschen über die Chunks hinweg runter zu nehmen Ach fuck Weil ansonsten Hab ich nämlich das Gefühl, dass er dann mehr Rechenleistung braucht Weil er dann berechnen will Oder beziehungsweise nachfragt Wo die Energie denn hin soll Und das muss er ja erstmal dann abfragen Und wenn ich das quasi verhindere Indem ich da eine Dings hinbaue Transformatoren Mit entsprechenden Richtungsanweisungen Durch die Redstone-Fackeln Beziehungsweise Nicht-Redstone-Fackeln Dann Denke ich mal, dass das weniger frisst Ich weiß es nicht Das ist nur so eine Vermutung von mir Ich hoffe einfach, dass es stimmt Sollte das nicht so sein Und einer weiß es besser Dann Ja, tut's mir leid Dann weiß es halt besser mal als ich Und kann ja auch nicht alles wissen Was mit Minecraft zu tun hat Also alles Ne Das ist mir dann zu viel Auch so die genauen Berechnungen Von den Atomkraftwerken und so weiter Bei Industrial Crafts Und so eine Sache, die ich Wo ich mich noch arg zurückhalte Also die brauche ich nicht Komplett auswendig zu kennen Das ist Man muss nicht alles wissen Ist auch ganz gut so Ne Hier kommt immer noch keine Energie an Wasser Sie hat es direkt wieder rausgeschickt Ich könnte mal hochrennen Und gucken, ob die Kabel noch da sind Wie sollen wir jemals wieder Unsere Energie wieder vollkriegen Äh Ich mache erst mal einen Batzen General Und das Ja Und unser Daktion-Fun Ist es auch nicht gerade einer Der wenig Energie braucht Also hat mir mal gesagt Dass er sehr gerne Sehr viel Energie verbraucht Ne Wird da ein Eis drin? Hat ich gebrannt? Das ist nicht genug Ich brauche vier Farben Das heißt ich brauche acht Eisen Du kannst auch als Du könntest das natürlich Wir könnten natürlich das Dir auch erstmal nutzen Um Äh Batpacks zu laden Deine Deine Geothermalkumpe Ja gut Ich baue jetzt gerade hier unten Hier im Keller Bei dem See Hab ich jetzt einen kleinen Tank errichtet So als Als Improvisiertes Geothermal erstmal Ja Dass wir erstmal jetzt wieder Bisschen Strom wegkriegen Die Lava sehen Und nebenbei ein bisschen leer machen Die sind Kann ja nicht schaden Ja da ist bestimmt noch Redstone drunter Und äh Diamanten Hast du die Pumpe schon gebaut gehabt? Nein noch nicht Ich hab jetzt erstmal nur so den kleinen Tank Hier kommt dann noch Glas rein Die Fackeln hier können dann raus Dann muss noch Pumpen ein Ausgang gebaut werden und 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 Achso die Crates Mir ist jetzt gerade nur Strom ausgegangen Kommt mir bekannt vor Ja und dann würde ich einfach sagen Können wir ja Einen Tank würde ich einfach flach So ein Flachtank quasi unterirdisch irgendwo unter das Kraftwerk dann bauen Oberirdisch irgendwo Wie jetzt? Naja später Das Improvisierte Dann legen wir eine lange Brasspipe hoch und dann ist gut Ich hab auch noch kein Bedpack geladen Hey das ist uncool so Ja das wurde auf Ich brauch nur schnell den Diamond Drill Das war mir gerade wichtiger als das Pack So jetzt ist das Feld draußen Jetzt suchen wir uns mal eine Stelle wo wir das hinzimmern Äh soll ich die High Voltage Kabel so legen dass man sie im Wasser liegend nicht zieht Oder ist das egal wenn da so eins unter dem Wasser Kabel langlaufen Das ist mir egal wo willst du es hinbauen Äh ich baue es neben die Getreidefarm Achso ja mach Weil Ich hab mir so gedacht Mensch Da ist es wenigstens sonnig Obwohl Schnee so lang auf Werke nicht beeinflusst Das hat sich jetzt geklärt Tut's nicht Das Problem ist halt nur dass ich nicht unbedingt Nerv drauf hab dass da eins Schnee drauf liegt Yeah getting wood Und da brauche ich glaube ich jetzt noch ne ganze Menge Energie um hier irgendwelche komischen wuchern in Bäume zu fällen Verdammt ich hab auch erst ein Glas mehr zu werden Das ist natürlich doof Musst du nochmal hochrennen Hab ich hier nicht schonmal alles abgeholzt? Wo? Ich Neben der Getreidefarm Da hab ich mir doch schonmal gesagt ich will hier das Solarkraftwerk hinbauen und hab angefangen abzuholzen Nie klatsch geworden Keine Ahnung Irgendwie hab ich das Gefühl ein paar von den Dingern haben sie selbst neu gepflanzt Ich glaube ich muss auch mal wieder bald zu Getreide fahren Ich glaube ich muss auch mal wieder bald zu Getreide fahren ha? Ein Stück Fleisch gefunden hatte Ach so am Boden rum Hm Das war mir Fleisch Ne ein Hähnchen war bei der Scrap-Geschichte rausgekommen Oh Hehehe Hehehe Für Charcoal Für Charcoal Für Charcoal Entschuldigung dass ich da so durch die Gegend trete Und ein Apfel Ich hab das Gefühl Hm Was wollte ich hier eigentlich Achja Ja genau Das Problem war das Mist Das ist doch Das ist doch Das ist doch kacke alles hier Ich hab ja nichts Bescheids Also in die Stromrichtung das ist ja echt übel gerade Das macht mich grad richtig fertig Ach so schlimm zu suchen Ich hab mich auch nur getraut so vier Blöcke abzubauen Und unten nochmal Und der Diamant ist gleich fertig Die hab ich gleich so weit Ah Gott Ich nehm mal das Overglocken-Abhalt aus dem einen Messe Höhlt da raus und stopst man den Anderen Das ist quasi ich nicht so auf diese Fünf da dran bin Sondern zwei und drei Ich hoffe das ist eine Energieverbraucht etwas humaner Aber anscheinendlich Der Diamant ist fertig Jo Okay klar los Lass mich jetzt so verzweifeln Ich brauch noch meine Kettensäge Ich brauch noch meine Kettensäge Ich brauch noch meine Kettensäge Du scheiße ich brauch 200 Energy Circles Das sind 400 Redstone Au Au Das sind 600 Kabel allein für die Circles Nicht drüber nachdenken Du bist jetzt aber diamantenmäßig ausgestattet oder? Ich denk schon ja Gegen der Kohle Ich such jetzt grad nur die Wiki von Eloram Enoram.com Und dann Einer für schwer dass sie viel ist Ja die hat sie mittlerweile nicht mehr nach ganz oben gepost vor Ja sie ist auch nicht aktualisiert Ne Dann muss die über das Direwolf-Video gehen Ich hab eh's gemacht Direwolf-Video und dann immer Pause gedrückt und mir das angeguckt Ja es war ein bisschen pestig Gebe ich zu Ups Kannst mich noch vorbereiten bauen Stromverbrauch ist barbarisch Ich mach's jetzt mit der Axt Ich kann nicht warten bis wir noch Strom haben Hm Ich glaub ich sehe ein Problem bei der Idee mit Energy aus dem Nether ziehen Was denn? Naja Thermo-Pile Ist sehr sehr schwach in der Energie Du hast die Post Ne darum geht's nicht Äh Energy from Thermal Differences of Ejected Blocks Ja die hat aber auch gleichzeitig gesagt dass das dafür da ist zum Beispiel eine Sorting Machine im Never zu bauen Also von daher muss es irgendwie gehen Ja naja anscheinend musst du dann aber eine Art Eisblock oder sowas mit rüber nehmen Ne das glaub ich nicht Hm Okay dann ist die Wiki einfach mal ein bisschen irreführend Dann sollte sie das Beispiel nicht mit reinnehmen Das wäre Das wäre kacke Das würde ja dann überhaupt gar nichts bringen den Thermofall zu bauen weil Der braucht ziemlich viele Ressourcen Und dann stehst du dann da im Never und kannst ja immer noch nichts machen Ne der war wirklich dafür gedacht dass das im Never funktioniert Ich hab da unten grad einen Creeper an der Backe Ich polter die Nachbar in die Treppe runter Ich hoffe man hört das nicht in der Aufnahme Hm Ob das vielleicht Ach das wäre ja hohl Ob das vielleicht eine Art Chunk Grenze gibt in dem Höhenunterschied und dass deswegen keine Energie von oben kommt Das wäre doof Was traurig ist ich kann mir sowas gut vorstellen So wo ist dieser verfluchte Creeper Uh Wie schön Fluidpipes haben noch keine Texture Ja die sind unsichtbar Die haben im Standard Dings eine Texture Aber in unserer Svex Version schaltet es die Standard Texturen aus Und deswegen haben die dann keine Texture Das Hab ich gewusst Deswegen hab ich so verzweifelt auch danach geguckt Bei Clips wie das Projekt heißt Wo man quasi dann Also wo wir unsere normalerweise Texturen herbeziehen für Eloram Äh Aber Ja Die Website ist momentan offline Und irgendwie zuletzt updated im Januar Und Es ist irgendwie ein bisschen schwierig jetzt momentan an Äh Die Erweiterung zu kommen für unsere Svextexture Packs Was sehr sehr anstrengend ist Möchte ich mal sagen Ich muss einen Eloraumbaum fällen Hier unten ist es dunkel wie ein Bärenarsch Das geht mal gar nicht Och das blaue Bühnchen einfach weggehauen So wir zurück Es wird nämlich dunkel Also noch dunkel als es schon unter dem Dingsbaum schon ist Unter dem Eloraumbaum Ach hier können wir grad mal Hatten wir nicht noch Gravel einstecken? Ach da haben wir doch 50 Stück Können wir grad mal hier noch ein bisschen Garten und Landschaftsbau fördern So Plopp Noch mal 25 von dem Gravel-Gedöns-Gedöns-Gedöns-Gedöns-Gedöns-Gedöns-Verbaut Und wieder rein